Hi friends, und heute gibt es eine neue Folge von mir und meinem Kanal. Heute werde ich ein Gaming-Video machen, sondern ein bisschen so eine Erklärung. Und zwar tut mir noch leid, dass ich die letzten drei oder vier Wochen kein Video kam, aber heute kommt eins, weil ich bin ein bisschen krank gewesen und ich kann ja eigentlich nicht krank ein Video machen. Und da war ich halt auch noch ein bisschen, ja, und ich war ja noch am Experimentieren und so. Zum Beispiel habe ich jetzt ein paar Sachen vorgenommen bei meinem YouTube-Kanal. Ich habe jetzt volle Hintergrundbilder, vieles mehr geht auf meinen Kanal und schaut euch das an. Bei meiner Kanal-Info gibt es jetzt auch Anzeigen, wo ich zum Beispiel jetzt Instagram-Store steht und dann kommt ihr jetzt sofort zu meinem Instagram-Kanal und schaut euch diesen an. Gut, dann geht es weiter mit dem Artikel 13. Da gibt es jetzt ein neues Ziel, das das doofste ist, denn jetzt seht ihr vor mir ein Bild. Dort steht 4,5 Millionen Unterschriften, also das Ziel wurde so gesagt ändert. Und wir brauchen mindestens noch, glaube ich, 1,3 Millionen Unterschriften, um dieses Ziel zu erreichen. Falls wir das schaffen würden, dann wäre ich um meinen Kanal gerettet und 1.000 Billionen andere Kanäle auch. Heutzutage werden mehr als 1 Million Kanäle erstellt am Tag. Oder so, das geht, das ist wirklich viel. Und YouTube möchte auch nicht mal explodieren voller Kanäle. Deshalb gibt es jetzt auch den Artikel 13, die YouTube-Chefin Susan Koftschi oder so. Die hat das halt angenommen, weil heutzutage wirklich mehr als 1 Millionen Kanäle erstellt werden. Und ja, also das ist jetzt dann mal eine Belastung von YouTube und so. Auch Instagram, so war auch die sozialen Medien. Die werden auch, also sagen, wirklich voll gedrängt und so. Es werden immer mehr Kanäle, immer mehr Influencer, immer mehr YouTuber, immer, immer mehr. Irgendwann platzt ja die ganzen sozialen Netzwerke und dann, boom, alles weg. Blockiert, es reagiert nicht mehr. Und was kommt raus? Es sind so viele Kanäle. Also jetzt wisst ihr immerhin, dass ihr unterschreiben solltet, weil das Ziel ist nicht erreicht. Und unterschreibt dieses Ziel. Und stimmt doch oben rechts ab. Jetzt soll also eine Infokarte stehen. Oder schaut mein letztes Video von diesem Artikel 13, den ich schon berichtet habe. Abstimmen. Dort oben ist noch eine Abstimmung und so. Gut. So Freunde, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Bitte unterschreibt diesen Kanal. Unten ist nochmal eine Petition verlinkt zur Petition. Das Bild, wo ihr es jetzt gerade gesehen habt von der Petition, das ist so drei Tage her. Aber ihr seht immerhin, wie groß das Ziel geworden ist. Von 3 Millionen auf 4,5 Millionen. Und abonniert meinen Kanal. Und ja. Ich mache noch am 2. Dezember ein Special Video. Ein Livestream. Den solltet ihr noch als Erinnerung einschalten. Das ist das Special Video, da wir ja die 20 Abonnenten geknackt haben. Und vielen, vielen Dank für diese Zahl. Jeden Tag könnten Abonnenten wachsen. Und ja. So Freunde. Wir sehen uns mal dann. Wir sehen uns mal wieder. Wir sehen uns mal wieder. Wir sehen uns mal wieder. Vielen Dank.